ARD Text im Auftrag von Funk Ja, schön, dass du da bist. Bei uns hier gibt es eigentlich alle möglichen Dinge, die du für die Dekoration von deiner Party, deines Events, deiner Hochzeit brauchst. Wir haben tolle Geschenke und natürlich viele individuelle Produkte. Aber ich würde sagen, du schaust dich erstmal ein bisschen bei uns um und dann erzähle ich dir nochmal später genauer, was zu den Produkten. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ja, es wird dich schon ein bisschen umgeschaut. Hier haben wir die Airwalker Balloons. Das sind Tiere, die sind mit Helium gefüllt, schweben in der Luft, aber können nicht wegschweben, weil hier unten Füße aus Puppet dran sind. Damit, deswegen heißen die auch Airwalker, schweben die sprichwörtlich über dem Boden hinter dir her. Das ist wirklich witzig. Gibt es auch als Hund oder Katze. Echt eine tolle Sache. Ein anderer cooler Ballon, den wir hier direkt für dich zusammenbauen, ist der Geschenkballon. Und zwar ist das ein Ballon in einem anderen Ballon. Man kann Konfetti reinmachen, Geld oder Gutscheine. Wir können das Ganze voll individuell, wie du das möchtest, zusammenbasteln. Und dann ist es natürlich eigentlich ein sehr cooles Geschenk für Hochzeiten oder Geburtstage. Ich würde dir jetzt gerne noch mal meine Kollegin vorstellen, die Sarah. Ich gehe die mal kurz holen, bin gleich wieder da. Hi! Wir haben übrigens nicht nur Ballons, wir haben auch alles für deine Party. Zum Beispiel diese coolen Luftaufblasbahnen zahlen. Stefan, kannst du mal so einen aufblasen? Mal zeigen, wie das aussieht. Im Panfetti-Design, genauso wie das Fotobuf, was passend dazu ist. Oder diese Windelkette. Und wir haben auch ganz tolle Partybecher, Paper Straws oder Pappteller. Und wenn du möchtest, ah ja, so sehen die dann aus. Dankeschön. Die kann man auch als Geländer an die Wand machen. Wir haben auch Buchstaben davon. Du kannst deine Party in deinen Farben gestalten, wie du möchtest. Zum Beispiel mit diesen Polienballons. Oder mit den passenden Wabenbällen, Pompons oder Fächern. Wir haben alles in allen Farben da, wie du Bock hast. Und eins meiner Lieblingsprodukte ist diese Birthday-Katze. Super witzig. Und ich zeige dir noch meine anderen Favoriten. Und die hier. Das ist der Love-Schriftzug. Auch luftaufblasbar, auch als Geländer, auch mal super nur im Wohnzimmer. Oder hier für ein Abi oder Studiumsabschluss. So ein, als Geschenk so einen witzigen Ballon. Oder die lebensgroße Hello Kitty. Auch witzig. Wie du siehst, haben wir für jeden Anlass was im Laden. Komm doch gerne vorbei hier in Leipzig oder Dresden. Oder shoppe es in unserem Online-Shop. Mach's gut! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020